was geht meine freundin herzlich willkommen auf dem kanal die yogi es war wieder back am stessel für euch heute wieder aus dem winterlichen schellenburg beziehungsweise hier aus mittes haus ja willkommen zu einer weiteren folge zum weiteren let's test und wir wollen uns heute wieder ein bisschen was annehmen ich bin einmal schlafen gegangen und wie ihr seht sind wir nun im dezember angekommen und auch hier wollen wir na klar auch sehen im idealerweise wie die straßenverhältnisse so werden wenn es schneit ich sprühe noch so ein bisschen vor damit es ein bisschen heller wird damit ihr auch ordentlich was sieht so machen wir langsam gehen wir rein wir haben heute wieder ein bisschen was auf unserer to-do-liste und das allererste wird sein wir brauchen den manitou so einmal einsteigen und dann können wir losfahren konsole an wir brauchen die zweite stufe für den frontlader ein bisschen licht an handbremse wo schaffen wir rundlänge so wir holen uns ganz kurz mal eine palette butter ihr seht es ist wieder ein bisschen was gespawnt auch ein bisschen eier sind da also das richtig richtig schönes geschäft hier an dem kleinen hof muss ich sagen gefällt mir super super es ist ja eigentlich maßgeschneidert für mich ich habe es ja schon mal erwähnt dass ich sehr sehr gerne so die hof arbeiten macht mehr mag wie wenn ich auf dem feld bin und zwar gehen wir ganz kurz das kühlhaus thema noch mal an ich hatte euch ja gefragt was meint ihr wie soll man es machen und die meisten waren eigentlich so dass sie sagen pass auf packt es oben rein wäre am besten packt es oben rein so dass man es wirklich auch anheben muss das ist wieder so ein kleines muss extra arbeit machen und es fügt sich dann halt vollends in den hof hier ein und ich habe das jetzt so gemacht ihr müsst dann hierher gehen seht ihr ja da ist noch rot schaltet auf grün um und dann könnt ihr das hier oben hin packen und ich habe es noch klar so gemacht dass wenn ihr hier oben hin fahrt der trigger sitzt schon innen drin also ihr müsst schon so ein bisschen in der fahrer damit es dann auch ordentlich eingelagert wird ich hoffe ich kriege das jetzt hin ansonsten ist es direkt vor viel effekt zack und schon ist eingelagert finde ich eigentlich ganz nett ganz geschmackt hat wieder so ein bisschen realismus wissen das mag ich ja ungern in den mund nehmen das ding aber das sind so extra to do's wo einfach spaß machen wo dich halt ein bisschen aufhalten und ich gerade durch solche geschichten finde ich halt auch kannst du so einen hof auch gut und gar nicht zu zweit spielen weil du hast halt hier wirklich ein bisschen was zu tun gut dann machen wir folgendes ich setze mir jetzt den trigger mal ganz kurz hierher denn wir kümmern uns heute mal noch ganz kurz um die weide draußen und zwar habt ihr mir da geschrieben bzw. der Krummi hat mir geschrieben grüße gehen raus an der stelle moin jogi ich kenne es so dass sie weiden nach dem nach dem weiden gemulcht werden durch die kuhfladen wäre das futter sonst verschmutzt danke dir erstmal für den kommentar an der stelle jetzt muss ich mal schauen wo wir einen mulcher haben vermutlich unter M wie mulcher misstreuer mulcher da ist das schon und ich würde mir da einen relativ ja günstigen weil wir wollen sie ja nur antesten ich würde mal sagen wir nehmen den hier der hat eine normale arbeitsbreite von 3 meter 150 ps das sollte unser kollege hier schaffen an der stelle den nehmen wir gleich wieder raus denn wir haben heute noch mal was vor so fahren wir Zeit haben so ja zum thema mulchen auf der weide kann ich im ersten moment so nachvollziehen wenn ich mir das jetzt wieder bildlich vorstelle und ich sozusagen das ganze zeug abmäh und zum futter rein hole dass dann das futter verschmutzt ist mit kuhfladen mit kuhkaka ich weiß nicht ob man auf youtube ich weiß nicht ob man auf youtube das sch wort sagen darf ähm ist für mich soweit nachvollziehbar der kommentar jedoch muss ich wieder andersrum sagen die fressen ja trotzdem das gras auch wenn sie draußen sind und da ist ja auch sind ja auch die kuhfladen wiederum muss man ja klar sagen sind die kühe wahrscheinlich auch nicht blöd und fressen ihren eigenen mist sozusagen wiederum wenn es ein bisschen regnet verteilt sich das hier auch wieder also das ganze ähm konstrukt an sich muss ich einfach so hinnehmen weil ich es erstens nicht besser weiß aber irgendwo nicht nachvollziehen kann dennoch bin ich immer sehr sehr dankbar wenn ihr mir das so ein bisschen mal bildlich darstellt und mir das so ein bisschen ja erklärt und mitnimmt weil ich halt komplett null aus dieser sache kommen und das nachvollziehen kann aber jetzt in dem fall kann ich zum beispiel nicht komplett einordnen an der stelle ist aber auch nicht tragisch ich bin mal gespannt ob der schnee jetzt liegen bleibt das wäre schön so und dann dürfen wir nämlich hier rein und dann gucken wir mal was das mulchen macht ob das mulchen was bringt et cetera so muss ich da irgendwas ausklappen ich glaube nicht angeschlossen haben uns einig ja lass mich mal gucken ich habe noch nie mit dem ding gearbeitet das war es dann nur schon einfach an und los geht's so er macht es auf jeden fall platt soweit sehen wir es schon mal ähm ich will mal ganz kurz noch reingucken ich weiß nämlich nicht ob das im ls etwas bringt da habe ich leider keinen kommentar von euch gekriegt da war ich nämlich so ein bisschen selbst überfordert jo wurde gemulcht okay bringt es dann irgendwie eine extra dünge stufe oder sowas das wäre mal noch interessant zu wissen ich werde jetzt dann klar hier nicht die ganze weide mulchen wir wollten es eigentlich nur mal ein bisschen testen okay aber so schnell kannst du da auch nicht nur hin da war auch noch ein ganz ganz interessanter kommentar und ich konnte den auch nachvollziehen ich kriege ihn bloß nicht mehr hundertprozentig zusammen ähm da ging es darum dass man weiden glaube ich nach fünf jahren einmal komplett umstürzen muss weil es sonst so grünfläche wird und du das dann immer als weide nutzen musst und sonst nicht mehr anderweitig gepflanzen darfst also ich glaube das ist auch wieder so eine hirnrisse Regierungs wir müssen irgendwas machen um den Bauern das schwer zu machen die Thematik ist zumindest klingt es für mich als Laie so ähm aber ansonsten ja das konnte ich zumindest inhaltlich nachvollziehen was da passiert deswegen auch hier danke für den kommentar ja gut also wichtig ist für mich jetzt erstmal dass es funktioniert ich lese mir mal die kommentare durch das mache ich ja allgemein ne das merkt ihr ja ich bin ganz ganz viel in den kommentaren unterwegs und gerade jetzt durch das dass ich eh schon viel da drin bin und lese ähm wollte ich das unbedingt hier über mein mein ähm let's play auch mit einfügen damit man sieht so ach da kommt der kommentar her und so weiter dass ich da drauf eingehe und das freut mich und es macht spaß so wir haben aber auf jeden fall noch was zu tun wie gesagt hier bin ich gespannt was ihr sagt kommt da noch irgendwie eine eine stufe dazu dass es nächste jahr noch mehr krass zum fressen gibt man weiß es nicht so und dann gehen wir wieder an hoch denn wir haben heute noch einen wichtigen Testpunkt auf der Liste den wir abarbeiten müssen die Frage ist mir klar im Dezember wird es jetzt nicht mehr ganz so viel geben dennoch möchte ich einen ähm einen einen Testpunkt abarbeiten mit Missionen Missionen an sich erstens kann ich sie abschließen weil das war ja auf der Gallenburg immer so ein Thema dass die Missionen ja ihre Probleme hatten wo es aber an Precision Farming in Kombination mit meiner Karte liegt ohne Precision Farming soll es wohl funktionieren ähm dass die Missionen abgeschlossen werden können ansonsten bleibt es immer glaube ich irgendwo bei 85 oder 90 Prozent stehen und du kannst sie nicht abschließen ich war immer der Meinung bis dato dass es an dem Skript vom KevinK98 lag dass es da wohl zu Problemen kam ich habe mir aber gesagt ne 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 so ist es nicht wenn wir Precision Farming deaktivieren dann hast du das Problem nämlich nicht also wenn da einer gute Erfahrungen hat damit immer her damit gerne nochmal ein kleines Feedback geben wir werden uns jetzt aber das ganze mal hier anschauen ja das sieht auf jeden Fall also nicht gut aus aber sieht gut aus wir wollen mal ganz kurz zum Händler runter Händler müsste noch offen haben jawohl beziehungsweise noch wir haben ja frischer Tag aber weil es so dunkel ist so ähm lass uns mal reingucken ob wir einen Auftrag haben wo war denn das Auftragsfenster das hier war es oh wir haben nur ein Feldgrubbern ouch ok aber dann nehmen wir trotzdem an weil ich wollte eins nehmen mit vielen Fahrzeugen dass ich auch hier direkt äh den Spawn sehe und jetzt habe ich den Auftrag angenommen ok weil ich habe noch nicht ich glaube ich habe noch nie Aufträge gemacht ich habe noch nie Aufträge gemacht hier im LS 22 und ich wollte mir eigentlich hier die Fahrzeuge jetzt spawnen lassen aber ich muss auf Geräte ausleihen ich Dulli ok ähm wie machen wir das am geschicktesten dann würde ich sagen ich speichere einmal das Spiel denn wir sind jetzt bei Minute 13 so roundabout dann machen wir es doch so wir machen hier Save Game aus weil ich will mir jetzt na klar nicht meinen Spielstand zerstören so und dann machen wir folgendes jetzt sagen wir einfach mal wir spawnen uns hier ein paar Fahrzeuge und zwar ganz wichtig finde ich machen wir mal Trasher Trasher sind nämlich die größten ähm ja welcher läuft denn am meisten beim Auftrag ich glaube so einer machen wir mal Mieten dann kommt dazu der hier jetzt tun wir so mal als wäre hier irgendwie ein ähm ein Trash Auftrag drin dann kommt noch ein Anhänger dazu das ist glaube ich meistens der hier dann kommt noch ein Traktor dazu nehmen wir mal einen mittelgroßen dann lassen wir mal sehen wie sieht es denn aktuell aus okay wir haben also den Spawnpunkt den Beginn von hier vielleicht können wir den noch einen Meter weiter rüber rücken das wäre wäre okay wir haben vom Platz her hier nicht die besten Möglichkeiten das muss man leider Gottes sagen aber das haben wir immer wieder und ich mag einfach nicht diese riesen Flächen dennoch muss man sagen wenn wir jetzt mal hier das ganze testen wollten da kommt hin lass uns das mal kurz anschauen wir gehen eine Stufe zurück ich finde ja das schwierigste ist immer das Schneidwerk alles andere geht eigentlich da kommst du eigentlich relativ human hin das schlimmste ist eigentlich eher immer das Schneidwerk Vorteil aber hier ist eigentlich du hast diesen relativ wenigen Treasure ansonsten müsstet ihr hier halt einfach ein bisschen das ganze nachschieben das war zu gut gemeint ja also ich würde jetzt in meinem jugendlichen Leichtsinn behaupten ich lasse es mal so denn du hast öfters andere Anbaugeräte Schrägstrich Anhänger ja jetzt machen wir hier ein 360 ähm wo du anhängen möchtest und ankuppeln wo du dann doch eher wo du dann doch eher hier hin musst anstatt von hinten her und hier vorne haben wir auf jeden Fall nochmal 2-3 Meter mehr Platz wie hinten ich glaube das würde ich erstmal so lassen ich habe das so erledigt dass gut wir haben jetzt hier im Endeffekt alles schon zum Trashen vielleicht kommt da noch ein Gewicht und so weiter dazu ihr seht aber wir haben hier noch ein paar Meter Platz sollte also kein Problem sein ähm den zweiten Spawnpunkt habe ich glaube ich hier draußen hingelegt auf die Seite hier so ungefähr an der Straße ich glaube ich glaube nicht mehr dass ich den hier hin hatte weil hier war es ein bisschen zu eng also da dürft ihr euch auf jeden Fall nicht beirren lassen Gut Freunde würde ich sagen Test erfolgreich müssen wir mal schauen wie wir da weitermachen ich würde sagen für heute beenden wir mal das Ganze wir kommen gut voran ich möchte behaupten wir sind so weit mit dem Hof 1 fertig ich möchte aber umkommen aufhören auf dem Hof 1 äh auf dem Hof Mittelshausen aber wir wollen dann na klar weiter auf den Hof 1 gehen den werden wir sofern alles gut läuft heute Abend im Stream fertig bekommen schaut gerne vorbei helft tatkräftig mit ein bisschen Anregungen Dekoration und so weiter da kann ich euch immer gebrauchen da gehe ich immer drauf ein und dann würde ich sagen sehen wir uns heute Abend im Stream ein Like ein Abole würde mich sehr freuen und unterstützt mich und in dem Sinn habt ihr schönes Borgfest bis dann euer Jogi Ciao